Heute wird's richtig krass, Chrissy muss alles von A bis Z machen, wenn sie es innerhalb von 24 Stunden schafft, bekommt sie diese 100 Euro. Boxen? Au! Elektroschock! Oh! Mach weg das Ding mal raus! Tee, ich trenne mich von dir. Jetzt ist es 14 Uhr, 24 Stunden, ab sofort, leg los! Eine Regel, du musst die erste Sache machen, die dir einfällt. A wie? Apfel essen. Das kommt schnell. Leg los! Das ist der letzte, den wir haben. Ja man, gönn dir. Ist das dein Frühstück heute, oder? Hast du noch was gegessen bisher? Nein. B wie? Boxen? Nein, das kann, mach nicht den, au! Ich dachte irgendwie ein Buch lesen, oder Bier trinken von mir aus mir. Doch, wenn wir am ersten Mal haben, was mir einfällt. Wird ein harter Tag heute. C wie Chips essen, aber Leo sitzt gerade vor der Schublade. Oh mein Gott, also... Wo sind die Bunden bei uns? Die haben mir deine Eltern mitgebracht. Bestes Frühstück, was man sich vorstellen kann nach dem Apfel. Vor allem das Witzige, Chips mit Cheese, also C. Du musst keine Chips essen. Alter, gib mal einen her. D, wie? Dich schlagen. Nein, 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 nein. Du müsstest schon irgendwelche guten Sachen, also irgendwelche sinnvollen Sachen sein. Nicht boxen, nicht schlagen. Was? Ich find's gut. Was anderes? Die zweite Sache, die mir dir anfällt? Ja, ich höre. Duschen gehen. Duschen gehen? Mir fällt nichts anderes ein. Danke. Du bleibst da. Ich muss zeigen, dass du duschgehst. Oha. Hast du noch was an? Oh, hi. Schließe ab. Christi geduschen. Zum zweiten Mal. Weil sie so stinkt. Hat sie nicht gehört. Für E ist mir grad eben was richtig Lustiges, aber auch Gemeines eingefallen. Max? Ja? Komm mal bitte. Was denn? Eis essen? Elektroschock geben. Oh, ich mach das nicht. Ja, warum geben? Wie soll ich das nicht bekommen? Wieso machst du das? Warum muss ich das jetzt machen? Du hast gesagt das erste, was mir einfällt. Ich hasse das Ding. Zufällig geben eingeschrieben. Ja, elektronischer Nervenstimulator ist das. Oh, mein Gott. Wo willst du es gerne? Ah, kalt. Ich habe selber auch ein bisschen Angst davor. Ja, schön, dass du Angst davor hast. Ich habe mehr Angst davor. Oh, mein Gott. Ich habe Angst. Pst, warte. Es geht doch gar nicht dieses Ding aus. Ich weiß, ich habe trotzdem Angst. Aber warte, 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 ganz kurz. Stopp, stopp, und hier. Nicht anmachen. Mach es nicht an. Mach es nicht. Ich habe wirklich Schiss vor dem Scheißteil. Es geht nicht an. Ist es leer? Ist es leer? Ich denke, sie macht alles A bis Z. Ach, dachte ich auch. Nein, es geht wieder an. Oh, es ist direkt auf 50. Achso, ne, mach weg, mach weg. Nein, das sind 50 Minuten. Das Ding ist, es tut nicht mal weh. Es ist nur einfach nicht unangenehm. Ey, mich macht das so nervös, das Ding. Ich tue für Sie. Nein. Tut weh? Ich schrei nicht so rum. Ah, leise. Ah, weh, leise. Das bedeutet A. Weiß ich nicht, ich drück's nicht. Ich reiche das Ding so weg, wenn es nicht weh tut. Ich schwitze. Auf, irgendwas. Hör kannst du einfach... Ah, man kann einstellen, wo das ist. Man soll das gar nicht, was du da wartig hier im Bauch. Hä? Man soll das nicht am Bauch machen? Oh, stopp, stopp, stopp. Uh, uh, das ist, uh, das ist unangenehm. Du hast gerade eben doppelt so viel. Ich schwitze. Das ist unangenehm. Das ist, oh, das ist, uh, das ist, als ob ich im Kniffen werde. Das ist, oh, Junge. Das ist, oh, mach weg das Ding, mach raus. Mach raus. Digga. Mach Stufe 11. Hier, mega, mach F weiter. Was für F? Die erste Nacht, die mir mit F einfehlt. Fanta steht da. Fanta steht da. Willst du jetzt essen und trinken den ganzen Tag und mir Stromschläge geben? Ja. Bei Essen will ich dann Stromschläge geben. Nein, Alter, ich spüre es immer noch. Fanta trinken und Fernseh gucken. Oh, zwei Sachen. Doppel 11. Ganz entspannt, um halb drei. Ah, endlich sind die Dinger weg. Uh, macht sowas nicht nach. Die guten Sachen kriegst du und die schlechten kriege ich, oder was? Nein, du darfst. Also, der Fernseh geht nicht an. Das ist ein Zeichen, wir müssen mit G weitermachen. Gassi gehen. Leo, muss mal wieder raus. Oh, smart. Bewertet Leos Handschema in die Kommentare von 1 bis 10. Havi, Haare machen. Darf ich vielleicht? Deine Haare machen. Okay, das go. Ich habe schon ein paar Zockpuppies. Hä? Es geht. Was machst du? Sehr wichtig. Will ich einhorn werden? Nee, ich denke nicht. Hä? Mehr als... Die sind hier zu kurz. Ah, das tut weh. Wer schön sein will, muss leiden. Alter, die... Ja, wer schön sein will. Du würdest sagen, ich bin schön? So? Ging schnell, oder? Ich bin verstört. Das ist jetzt alles ein kleines Kind. Wenn kleine Kinder gerade so Haare bekommen, macht man den immer so Zöpfe. Bewertet meine neuen Haare jetzt in den Kommentaren. Ich will den nur 10 von 10 sehen, bitte. I. Internet. Shopping. Internet Shopping. Macht das Sinn? Wir lassen die App entscheiden. Wer zahlt? 3, 2, 1. Denn nicht ich, bitte nicht ich. Na, Mann, was soll das? Jetzt müssen wir aber dafür erstmal Oma an einem PC. Also, ich habe auf meinem Handy so ganz viele Tabs geöffnet mit Sachen, die ich mir irgendwann mal noch holen möchte. Für zufällig sowas. Für genau sowas jetzt hier. 60 Euro, 60 Euro, ihr übertreibt. Kann man machen. Kann man machen. Doch, sieht gut aus. Aber es gibt günstiger auf der Seite. Das reicht aber jetzt, oder? Warte, ich gucke mal auf. Wenn ich das schon bestelle. Hat sie mich gerufen mit einem Fertigwürstig, gebe ich so einen runter, oder was? Ja. Das zeigen wir jetzt vielleicht nicht. Ich gebe deine Kontaktdaten an, ne? Du bist 76 Euro ärmer und ich ein Kleid reicher. Für J. habe ich jetzt was anderes vor. Ich habe direkt mal Amazon geöffnet. Und ich gebe hier einfach J. ein und hole mir das erste, was dort vorgeschlagen wird. Jurassic World. Okay, wir nehmen keine Filme, okay? Ja. Aber schon irgendwelche Sachen. Wir kaufen das erste, was du kennst, okay? Ich weiß for real nicht, was das ist. Sag doch gleich, du suchst dir irgendwas aus. Ich such mir lieber was aus für J. was ist das alles? Das hängt nicht mal mit J an. Nee, das ist einfach J-Handmühle. J-Form Schwangerschaftskissen. J-Form Kissen kaufen. Was ist hier dran, ne J-Form? Schreibt jetzt in den Kommentaren, ob ich es auch bestellen soll. Wenn ihr sagt, ich soll es bestellen, dann bestell ich es wirklich. Hab ich dir schon mal gesagt, dass die Zutfe dir stehen? Nein. Ich finde es toll. Deshalb kannst du jeden Tag rumlaufen. Kar, wie? Es tut mir so leid. Au! Au! Nein! Kneifen! Okay, ich muss ehrlich sagen, ist das alles an Kraft? Soll ich doller machen? Nein, nein. Soll ich doller machen? Ja! Das war auch nicht die ganze Kraft. Kar, kneifen hast du toll gemacht. Aber im Nachhinein auch ein Kuss. Echt? Weil du so tapfer warst. Kein Kniff mehr? Nein. Das ist ja nett von dir. Was? Wir gewinnen. Was soll ich? Hä? Ja, und jetzt? Ich gebe euch drei Sekunden, um zu raten, was ich bei ihr gemacht habe. Loswerden. Und zwar Max loswerden. Erfolghaft geschafft, würde ich sagen. Sehr nett. Danke. Jetzt kannst du mich wieder reinlassen. Nö, wir sehen uns dann später, okay? Nein. Ich überlege mir jetzt erstmal was Tolles für M. Was? Kann ich rein? Mach auf! M für Mach auf! M für McDonalds. Da musst du rauskommen. Okay, dann lasse ich, aber ich lasse dich nicht rein, aber ich gehe raus. Warte kurz. Hey! Fahren wir zu McDonalds? Ja. Fährst du? Ja. Top. Freust du dich? Auf jeden Fall. Das war eine gute Idee, ne? M wie McDonalds. Alles richtig gemacht. M für Nuggets. Oh mein Gott, jetzt holen wir uns noch die Nuggets. Let's go. Langsam wird's richtig geil hier. O für Oreo 1. Oha, das passt ja richtig gut. Alter. Einfach mal alles hier abhaken. Was gibt's mit Y? Und jetzt ist das P? Pommes. Wir hauen jetzt so viel rein. Nein, mach groß, mach groß. Hä? Was war für so klein? 40,12 Euro. Wie konnte das so scheiße viel werden? Ich muss sagen, der Tag ist auch ein schöner Tag. Ja, mit dem besten. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja. Das Ding ist, Ash hat das 1 zu 1 genauso gemacht bei Arbeitszeit. Weißt du das? Plus, wir haben sogar noch Ash eine Überraschung mitgebracht. Deswegen würde ich sagen, guten Appetit. Ich sag dir ehrlich, egal was du jetzt machst, du kannst glaube ich den Tag bei mir nicht mehr verschlimmern. Jetzt die Überraschung für Ash. Wir haben dir was mitgebracht. Und ein schönes Eis. Freust du dich? Was? Da ist nichts drin. Ich freu mich nicht. Und Hotchip und ein bisschen Zitrone. Was? Bist du so skeptisch? Ich bin schon ein Trauma. Sicher? Da ist sicher nichts mit. Wann? Ja, okay. Das ist ja auch normal. Jetzt noch weiter geht's mit Kuh. Neuer Tag. Kuh für quälen. Wir haben es 9.06 Uhr. Wir schielen gerade noch im Bett. Ich schläft noch. Ich werde den Partner für sie übernehmen und sie einfach aus dem Bett quälen. Aufstehen! Aufstehen! Jetzt kommt Wasser. Guten Morgen! Du hast nicht mehr viel Zeit das Alphabet zu bänden. Bist du wach? Na! 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 Ich producke Zeина des T ich trenne mich von dir. Na, erstmal kommt ihre T. Ah, T habe ich abgehakt. Nächster Buchstab R. Was gibt's da? Raus. Gleich will die Wissenschaftsicht in diesem Video hier rausgeschmissen wurden. Für S. Sport. Ich kann nicht mehr. Ich will ja nicht stressen, du hast noch eine Stunde Zeit. Tee. Tee wie trinken. Yeah, hau weg das Ding. Weiter geht's mit U, schnell, schnell, schnell. Oh, Amen. Oh, du magst mich wieder? Du musst geknuddelt werden. Du magst mich wieder? Heute ja. Ach, heute? Vorhin eben, machst du mich nicht beim Aufstehen? Ja, weil du mich da nicht gemacht hast mit Wasser. Oh, krieg ich das ganze Schminkflecken von dir auf Pulli? Ja. U, fertig. V? Vermissen. Ich vermisse dich. Sind wir fertig? Das zählt nicht. V, vegetarisch. Vloggen. Ich vlogge jetzt einfach mit. Wir sind eigentlich erst nach dem Sport nach Hause gekommen. Ich hab mich grad richtig schnell fertig gemacht, weil mein Wecker hat heute um 7.30 Uhr geklingelt, aber du? Erzähl einfach, was wir heute vorhaben. Achso, wir wollen das Video aufnehmen, dann möchte ich noch einen Tag lang Spanisch essen. Oh, ja. Also deswegen esse ich jetzt gerade erstmal nichts mehr. Oh mein Gott, wir haben noch Nuggets. Weil wir dann... Frühstück, Mittag, Abendessen und Nachttisch essen. Ich hab ein viel besseres V für dich. Ich hab ein viel besseres V für dich, vegetarische Nuggets essen. Nein, ich hab gevloggt jetzt. Es reicht. Willst du die? Hä? Ich will kein Nugget. Mehr für mich. Weh? Weinen. Weh? Weh? Wir machen dann. Wasser trinken. Junge, du hast vor zwei Sekunden getrunken. Was gibt's denn noch mit W? X. Jetzt wird's ehrenlos. Die letzten Buchstaben sind richtig fies. Einfach eine Xylophon-App runterladen. Die hatte ich sogar schon mal. Warum? Warum? Das ist richtig schla... Kommentiert in den Kommentaren jetzt, was das für ein Lied ist. Ich hab nicht damit gerechnet, dass Chris was X kriegt. Das ist ein Sound effect. Y. Y. Google. Radau. Nein, 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 nein. Nicht googeln, nicht googeln. Googeln zählt nicht. YouTube gucken geht doch auch. Oha. Eigentlich wollte ich gerade Yoga machen. Letzter Buchstabe Z. Ich finde eine bequeme Position. Zähneputzen. Hast du noch nicht heute? Doch. Vor ungefähr... Na ja, okay, für ein bisschen länger schon. Zack. Voll fertig. Challenge spendet. Mhm. Chris hat alles geschafft, dann 100 Euro. Dankeschön. Das einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ist R rauswerfen. Das ist das erste, was mir eingefallen ist. Das waren die Regeln. Wir brechen ab. Ciao.